Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Notfall – was tun? In diesem Video erhalten Sie Informationen über die wichtigen Notrufnummern, was Sie in einem Notfall tun sollen und wie Sie im Fall einer Katastrophe oder im Fall von Hochwasser informiert bleiben. Wichtige Notrufnummern. Folgende Notrufnummern sind wichtig. Sie finden eine Liste dieser Nummern unter diesem Video. Polizei 117 Feuerwehr 118 Sanitätambulanz 144 Rettungsflugwacht Rega 1414 Vergiftungen Toxikologisches Institut 145 Dargebotene Hand 143 Telefon- und SMS-Hilfe für Kinder und Jugendliche 147 Psychiatrischer Notfall 031 632 031 888 11 Elternotruf Kanton Bern 0800 48 35 45 55 Apothekennotruf 0900 98 99 00 0,98 Franken pro Minute Zahnärztlicher Notfalldienst 031 529 60 60 Notfalltierarzt 031 741 34 09 Gehörlose und schwerhörige Personen können die Notrufnummern mithilfe der Text- oder Videovermittlung von Procom anrufen. Sie erreichen die Vermittlungsdienste über die Internetseite www.procom-dev.ch oder über die App MyMMX. Sie finden unter diesem Video Links zum Vermittlungsdienst, der App sowie zu weiterführenden Informationen. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie sich in einer Notsituation am besten verhalten. Wählen Sie 144 – Retten Sie Leben Der Sanitätsnotruf 144 steht in der ganzen Schweiz rund um die Uhr für alle medizinischen Notfälle zur Verfügung. Medizinisch ausgebildetes Personal gibt Ihnen Anweisungen zur ersten Hilfe und organisiert Rettungsmittel. Erstens, bewahren Sie Ruhe. Sie helfen am meisten, wenn Sie ruhig bleiben. Zweitens, schauen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Situation. Drittens, denken. Erkennen Sie mögliche Gefahren. Viertens, handeln. Sichern Sie die Unfallstelle ab und schauen Sie sich die Patientin oder den Patienten an. Fünftens, alarmieren. Rufen Sie die Nummer 144 an und folgen Sie deren Anweisungen. Sie können die Nummer 144 über das App MyMMX erreichen. Sie finden unter diesem Video Links zum Vermittlungsdienst, der App sowie zu weiterführenden Informationen. Sechstens, Hilfe leisten. Medizinisch ausgebildetes Personal gibt Ihnen telefonisch Anweisungen zur ersten Hilfe. Welche Informationen sind beim Anruf der Notfallnummer 144 wichtig? Wer nennen Sie Ihren Namen? Wo sagen Sie, wo genau Sie sind? Was erklären Sie den Unfall oder die Notfallsituation? Beenden Sie das Telefongespräch mit der Notrufnummer 144 erst, wenn Ihre Ansprechperson alle wichtigen Massnahmen organisiert hat. Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon auch nachher noch für Rückfragen erreichbar ist. Damit ein Rückruf über das App MyMMX möglich ist, muss das App offen bleiben. Es reicht nicht, wenn MyMMX nur im Hintergrund geöffnet ist. In Notfällen richtet die Stadt Bern eine Infoline ein, um Fragen der Bevölkerung zu beantworten. Im Falle einer Katastrophe können Sie die Infoline der Stadt Bern anrufen und Ihre persönlichen Fragen stellen. Die Nummer lautet plus 41 31 638 98 98. Hinweis! Die Infoline ist nur im Fall einer Katastrophe in Betrieb. Diese Telefonnummer finden Sie auch unter diesem Video. Sie können diese Nummer über das App MyMMX erreichen. SMS für Hochwasserwarnung. Die Stadt Bern bietet die Möglichkeit, eine SMS-Hochwasserwarnung zu abonnieren. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie sich anmelden können. Bei Gefahr durch Hochwasser entlang der Aare warnt die Stadt Bern die Bevölkerung mittels lauter Sirenen. Sie können sich aber auch per SMS kostenlos vor der drohenden Hochwassergefahr warnen lassen. Dann nämlich, wenn Sie in einem von Hochwasser gefährdeten Quartier der Stadt Bern wohnen, Lokalitäten in einem von Hochwasser gefährdeten Quartier in der Stadt Bern besitzen, Gewerberäumlichkeiten in einem von Hochwasser gefährdeten Quartier in der Stadt Bern nutzen. Dieses Alarmierungs- und Informationssystem wird von der Einsatzleitzentrale der Berufsfeuerwehr betrieben und soll Personen helfen, die von Hochwasser gefährdet sind. Um den SMS-Dienst zu nutzen, füllen Sie bitte das Anmeldeformular SMS-Hochwasseralarm aus. Sie finden einen Link zum Anmeldeformular unter diesem Video. Bitte senden Sie das Formular an die folgende Adresse Die Adresse finden Sie ebenfalls unter diesem Video. Sie müssen sich nur einmal für den SMS-Hochwasserwarndienst anmelden. Wenn Sie die hinterlegte Telefonnummer später ändern möchten, können Sie das schriftlich tun. Haben Sie noch Fragen oder brauchen Sie Unterstützung beim Ausfüllen des Anmeldeformulars? Dann kontaktieren Sie Schutz und Rettung Bern per Telefon plus 41 31 638 99 00 oder per E-Mail Sie finden diese Informationen in der Box Zuständige Stelle. App Alert Swiss Wir empfehlen Ihnen ausserdem die App Alert Swiss, die im Notfall schnell informiert. Sie finden unter diesem Video einen Link zur App. Wir beginnen mit dem Video. Wir beginnen mit dem Video. ... Untertitelung. BR 2018